Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, die begrüße euch zu einer weiteren Motto-Vorstellung für den Euro-Tragsmanager 2 in der Version 1.30 haben wir heute, den BMW M5 F90, 124 MB groß, ja, ich muss ja sagen, der M5, ja, das ist schon ein schönes Fahrzeug. Und jetzt werden wir mal gucken, was 124 MB alles so bringen oder ob das einfach nur viel Schein ist, okay, dann gehen wir doch einfach mal zum BMW-Händler und zwar zu Iveco und dann schauen wir mal, ja, wo ist denn der Maximus schon wieder, genau, Burak, das kann durchaus wieder aus der türkischen Region sein, ich habe jetzt gar nicht mehr auf die rauf geguckt, wir haben auf jeden Fall ein kalifornisches Kennzeichen, hat das Auto vielleicht irgendwo, ja, amerikanische Ansätze, meistens ist ja so, dass die hier an der Seite noch so eine, ja, Begrenzungslampen haben müssen, wir machen mal das Licht an, hier sehe ich noch gar nichts, vielleicht sehe ich jetzt was, auch jetzt sehe ich was, ha, ja, so ein bisschen Licht haben wir. Gut, was können wir machen? Wir haben natürlich bei der F90 Version nur ein Fahrerhaus, äh, es geht jetzt nicht irgendwie, ein Kombi gibt es glaube ich nicht für den K, oder? Gibt es für den M5 ein Kombi? Wenn nicht, dann ab in die Kommentare, vielleicht gibt es ja auch nur ein Kopie, das 2000, ja, nicht auslachen, 2018er Fahrwerk, okay, dann haben wir, ja, 600 PS, der 4,4 V8, 8 AT, X-Drive, XYZ-Pumpedüse, ähm, ja, so ist das, äh, nicht ganz der Name, aber hier ist schon, 4 Gang, oh ja, Speed Automatik, Speedtronic, auf jeden Fall, ich habe nur 7 Gang, aber der 1 Gang macht es auch nicht, äh, so kompliziert, wir schauen mal, so sieht der Innenraum aus, und ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon den Mercedes heute gezeigt, ja, werde ich das heute überhaupt noch zeigen, da ist das deutlich hübscher, ja, ja, hier, gut, die Texturen sind immer noch nicht hundertprozentig, hier die Schalter, also hier fehlen noch ein bisschen Texturen, um sich richtig wohl zu fühlen, und, aber so jetzt, so, die ganzen Knöpfe, hier fehlt vielleicht noch die Aufschrift, aber hier, da sieht man schon, was da losgeht, also, nur so als Info, ich würde mir nie wieder einen Schalter holen, nur noch Automatik, ähm, hat aber jetzt nichts zu sagen, das finde ich auf jeden Fall richtig cool, diesen Absatz, ne, dass man hier dieses Dach auch, ähm, so schwarz haben kann, dann wirkt er auf jeden Fall schon echt Knorkel, ein Kopie wäre aber schöner, so, ja, gut, lassen wir den mal so in gelb, sieht er eigentlich als Geschmackssache, gut, und jetzt haben wir hier, Dach kann ich nicht ändern, hier kann ich nichts ändern, an den Felgen kann ich nichts ändern, ja, und, ja, eigentlich ein bisschen schade, ne, dass ich Reifenfelgen nicht ändern kann, 124 MB und nichts kann man ändern, aber, der Mod-Hersteller, manchmal ist es ja so, dass die wirklich das Fahrzeug so haben wollen, ja, dann wird dann halt nicht großartig was rumgebaut, etc., dann ist der hier, ist noch ein paar Texturfehler, und, und, wir gehen mal in den Innenraum, Innenraum kann man ein bisschen was machen, ja, die SISL-Mods, beim Steam Workshop, meine Damen, findet ihr das, kann man Katzen, Paule, hinsetzen, oder Muschi, könnt ihr sagen, wie ihr wollt, und, ja, so Kleinigkeiten kann ich dann schon hier hinsetzen, aber halt, äh, nicht alles, ne, guck mal hier, da habe ich gleich einen kleinen Fehler entdeckt, also nicht alle Sachen, Tassen, funktionieren hundertprozentig, wie gesagt, ich setze mir mal eine Krone auf, und hier, müsst ihr auch gucken, bei gewissem Mod, dann läuft das nicht, zum Beispiel hier, meine Kugel, ja, da will der Mod nicht unterstützt werden, also müsst ihr halt selber mal ein bisschen schauen, ne, so, ja, so ist der Wagen, gar nicht mal so teuer, so, oder wahrscheinlich auch in Echtkosten, und, ja, gucken wir mal, dann werden wir mal einfach eine ganz kleine Runde hier drehen, auf der kleinen Insel, wo auch immer ich bin, Na, da ist vom Geräusch her kein eigenständiger Ton hier, ist eigentlich ein bisschen schade, wir haben hier die Anzeigen für das Fahrzeug, aber jetzt kein Navigationssystem extra, so sollten wir nicht fahren, uiuiuiuiui, das sieht schon, so sieht der ja schon echt knorke aus, ne, also wenn ich jetzt mal so, wir gehen mal ein bisschen näher ran hier, ja, sieht das schon, muss man auf Rotumbau haben, aber gehen wir mal ein bisschen näher ran, sieht das schon echt nicht schlecht aus, die Felgen so, mit diesen verkromt, und innen, äh, nicht verkromt, aber so gebürstet, kann man sagen, und innen drinne dann schwarz, ist das schon nicht schlecht, so, aber los, ja, ne, wo ist der Maximus wieder? Könnt ihr mal überlegen, ja, ja, ich glaube, das lassen wir jetzt, aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wie, oder, ob ihr trotzdem mit dem Wagen eine Tour sehen wollt, ich mach jetzt erstmal einen Fisch, ich fahr hier auf der falschen Seite, das ist nicht so mein Ding, ihr kennt das ja, und damit haut rein, bis zum nächsten Mal, bye, bye.